Irgendwas ist immer wieder da, was mich bremst oder was mich von irgendwas abhält. Es geht eben nicht nur ums Essen oder nicht nur um Sport. Und insofern war das echt eine Erleichterung, irgendwann festzustellen, dass das echt ein Hebel ist. Und dann habe ich auf einmal Zeit. Nicht, weil ich irgendwas anderes dann nicht mehr mache, sondern einfach, weil ich es super gut integrieren kann. Aber es gab auf einmal Nächte, wo ich morgens aufgewacht bin und gedacht habe, oh wow, krass, so sieht es aus, wenn man fit ist irgendwie. Ich habe einfach gemerkt, dass das was ist, was mir leicht fällt, was mir Freude bereitet, wo ich rausgehe und denke, ja, anstrengend, aber es gibt mir Energie, dass eben nicht alles für einen vorgegeben ist, sondern dass man sich sein Leben durchaus so gestalten kann, wie es für einen selber gut ist. Letztlich ist es eine Persönlichkeitsentwicklung für mich daraus geworden. Ja, und damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Abnehmen mit Kopf. Und auch heute habe ich wieder einen super interessanten Gast bei mir auf der Couch. Und zwar eine Klient von mir, die Jule. Und bevor ich da jetzt großartig irgendwas erzähle, Jule, erzähl mal kurz, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin Jule, komme aus Herten, aus dem Ruhrgebiet. Ich bin in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt. Also ich bin Angestellte im öffentlichen Dienst als Juristin im Jobcenter. Und nebenbei bin ich noch unterwegs und stärke Kinder als Resilienz- und Selbstbehauptungstrainerin. Okay, das ist glaube ich auch so ein bisschen ein Thema, dass wir dann auch gleich nochmal sprechen. Aber zum Anfang erstmal, was hat dazu geführt, dass wir jetzt beide einfach hier auch sitzen? Was hat uns zusammen geführt? Was hat dich zu mir geführt? Also ich glaube so vor knapp anderthalb Jahren war es Ende 2022, Herbst, dass ich irgendwie mich extrem unwohl gefühlt habe, schon seit längerem. Aber da war so ein Punkt, wo ich viel krank war, viel erkältet, mich total schlapp gefühlt habe und auch schon gemerkt habe. Also irgendwie in den letzten Jahren echt viel zugenommen und mir irgendwie gedacht habe, ich muss was machen. Aber auf irgendwas Normales überhaupt keine Lust hatte oder da überhaupt keinen Sinn drin gesehen habe. Also irgendwie habe ich mir gedacht, da bin ich nicht der Typ für. Und ja, aus irgendeinem Grund habe ich dann in der Krankheit, da hat man ja immer so ein bisschen mehr Zeit, einen Podcast von dir gehört. Ja, und der hat mich irgendwie gekriegt, gepackt. Ich weiß auch nicht mehr, was es war, aber ich habe gedacht, okay, da ist irgendwas anders und irgendwas hat mich angesprochen, wo ich gedacht habe, da meldest du dich mal. Also das etwas andere hat dich angesprochen. Ja, genau. Also es war sofort klar, es ist nicht eben nur, es geht eben nicht nur ums Essen oder nicht nur um Sport. Das ist auch ein wichtiger Teil und das war schon auch immer was, wo ich gedacht habe, da will ich auch ansetzen, um irgendwie mich grundsätzlich fitter zu fühlen. Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, nee, das ist nicht das, was mein erster Ansatz sein kann. Also irgendwie, das ist so eine Begleitung, die ich brauche, aber irgendwas anderes ist noch da, was irgendwie bearbeitet werden darf. Okay, also so ein innerliches Gefühl von, naja, so rein jetzt die Ernährung nur zu weit, nur ein bisschen Sport zu machen, das ist ja das, was einfach auch dann viele erzählen, wie es halt funktioniert, um sich wohler zu fühlen. Aber du hattest für dich einfach dieses Gespür, hey, nee, irgendwie ist es ja noch was anderes. Ja, irgendwas ist immer wieder da, was mich bremst oder was mich von irgendwas abhält oder, ja, wo ich immer das Gefühl hatte, das ist nichts, was ich mal eben so machen kann. Also es gibt ja durchaus Menschen, die machen sich einen Plan und dann machen sie das ein paar Wochen lang und dann sind die sofort auf dem richtigen Weg. Und ich habe immer gedacht, das schaffe ich nicht. Also es ist so, es muss irgendwas anderes geben, irgendeinen anderen Hebel, der mich da weiterbringt. Okay, also so ein Gefühl von, irgendwas hält mich zurück, das, was ich ja irgendwie theoretisch ja weiß, einfach umzusetzen. Mhm, genau. Ja, das ist ja genau meine Arbeit. Ja, wie praktisch. Ja, deswegen hat man da einfach auch zusammengefunden. Erzähl mal so aus deiner Sicht, was haben wir so grob gemacht, um da ranzugehen? Viel. Ja, am Anfang habe ich halt einfach schon gemerkt, du hast sehr viele Fragen gestellt, so warum willst du das machen, was ist dir wichtig? Das war so die ersten Male, wo ich gedacht habe, oh okay, das ist irgendwie, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also klar, um irgendwie schlanker zu sein, aber so, was bringt mir das eigentlich wirklich? Ja. Und dann haben wir am Anfang einen Ernährungsplan gemacht und ich habe schon gelernt oder für mich einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten der Ernährung kennengelernt und ein bisschen rumexperimentiert. Wir haben einen Trainingsplan gemacht und immer mal wieder so geguckt, ist das auch das, was, ja letztlich was mir Spaß macht und was mir Freude bereitet, weil nur dann kann ich dranbleiben. Und dann ist es aber sehr schnell in andere Themen einfach gegangen. Also sehr schnell, ja, war der Punkt, bist du eigentlich glücklich und zufrieden mit dem, was du da tust? Also bei mir war ja immer wieder die Arbeit ein Thema, der Schlaf oder der schlechte Schlafen ein Thema und dieses nicht fit fühlen, müde fühlen, schlapp fühlen. Und ja, dahin ist es tatsächlich sehr schnell gewandert dann, der Fokus. Und dann haben wir da in verschiedenster Form weitergemacht. Das ist ja genau das, wo ich jetzt sage, okay, dieses Anfangsthema von Ernährung und Training ist einfach eine Grundstruktur erstmal mitgeben, um ins Handeln zu kommen, um erstmal loszugehen. Aber ich weiß ja, dass dahinter immer gewisse Ursachen liegen, ja, und das war ja auch in dem Fall, okay, hey, ich fühle mich so energielos, ich schlafe schlecht. Wo man einfach auch gemerkt hat oder wie ich auch gemerkt habe, hey, irgendwas ist da nicht so ganz stimmig und irgendwo so ein Widerstand auch. Ja, es ist ja ganz oft, wenn wir gegen etwas kämpfen oder gegen irgendwas Widerstand haben, zieht uns das ja Energie. Und ja, da ist ja dann irgendwo so dieses Bild dann entstanden, so der Fisch auf dem Baum. Ja, das stimmt. Mit ein paar Federn dran. Ja, wo du einfach auch dann immer mehr gemerkt hast, hey, okay, das, was mich ja so müde macht, ist ja das, was ich jeden Tag tue. Ja. Ja, und das ist ja der Punkt gewesen, wo wir einfach noch tiefer gegangen sind, also was ja vor allem den Job angeht. Wie hast du das so für dich, diese Veränderung wahrgenommen oder diese Erkenntnis dahinter? Also rückblickend tatsächlich als totale Erleichterung, weil ich in mir drin ja immer schon so ein Stück weit gespürt habe, ich bin da nicht richtig, wo ich bin, aber ich hatte keine Idee, was es anders sein könnte. Also das war für mich so ein Stück wie vorgegeben oder wie das ist der Rahmen, das mache ich jetzt und ich kann mich da in diesem Rahmen irgendwie weiterentwickeln und andere Jobs machen, was ich ja auch gemacht habe. Und trotzdem war es aber immer so ein sehr anstrengender, ein sehr anstrengender Weg einfach. Also es war immer ein Weg, wo ich ja ständig angepasst war oder mich ständig angepasst habe und ich glaube nach außen ist das überhaupt nicht aufgefallen. Also alles war gut, alle waren immer irgendwie zufrieden und mir war das dann auch nicht bewusst, weil ich ja gespiegelt gekriegt habe, oh ja, ich mache das irgendwie alles ganz gut und ganz richtig, was ich da so tue. Aber in mir drin habe ich halt so einen Widerstand gespürt. Also ich erzähle ja immer ganz gerne die Anekdote, dass ich irgendwie mir nie vorstellen konnte, da in der Behörde so einen Blumenstrauß für mein 25-jähriges Dienstjubiläum zu kriegen und auf dem Foto im Newsletter zu sein. Und das war immer so in mir drin. Aber irgendwie habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt hier so weitermache, dann passiert das halt irgendwann. Und insofern war das echt eine Erleichterung, irgendwann festzustellen, dass das echt ein Hebel ist. Also dass das ein Punkt ist, den ich ändern darf einfach und wo ich mir ein Stück weit auch Zeit geben darf, da in mich reinzuhören, wo die Reise hingehen kann. Also ich bin jetzt ja auch so ein Mensch, der sehr schnell eine Lösung haben möchte und sehr schnell sagt, okay, das eine ist es nicht, aber was ist es denn dann? Jetzt muss mir die Erleuchtung kommen und die kommt ja nicht sofort. Aber da irgendwie auch einfach durch dich die Sicherheit oder die Begleitung zu haben, zu sagen, ja, ist das jetzt erstmal okay, ist das jetzt so, halt das mal aus. Machst auch anderes ausgehalten, dann kannst du das jetzt auch nochmal aushalten. Oder gib dem Ganzen einfach mal Raum. Also das hatten wir auch ganz oft so dieses, okay, ich habe das jetzt erkannt, aber was mache ich jetzt? Wo ich gesagt habe, nee, nee, fühl das mal, lass das mal da sein, gib dem Ganzen mal Raum, weil dadurch kommen denn die Antworten. Natürlich ist es unangenehm und das ist nicht das, was man hören möchte, vor allem nicht der Verstand, weil der Verstand sagt, okay, A funktioniert nicht, was ist jetzt B? Genau, was machst du dann? Ja, und das ist ja, ja, letztendlich genau das, diese Unterstützung einfach auch zu sein, zu sagen, hey, nein, das ist jetzt richtig, dass du jetzt keine Antwort hast, sondern gib dem Ganzen mal Raum, lass es mal da sein und daraus darf dann wieder etwas entstehen. Ja. Ja, das ist ja genau der Punkt, also da bist du für mich einfach ein Paradebeispiel, was das jetzt angeht, dass wir äußerlich merken, hey, ich fühle mich unwohl, ich muss da was verändern. Und man ist ja theoretisch weiß, was man tun sollte, aber wenn im Alltag einfach die Energie fehlt, der Widerstand da ist, man vielleicht auch noch schlecht schläft, also da greift das eine und das andere ja mit rein. Und Schlaf hat ja großen Einfluss, natürlich auch auf das Körpergewicht, auf das Hungergefühl, auf das Abnehmen, wo ich auch ganz schnell gemerkt habe, okay, da sind noch ganz andere Dinge, die da drüber liegen, bevor überhaupt das Gewicht gehen darf. Ja, und allein durch, wir sind jetzt mal ganz diszipliniert und bringen mal ganz viel Wille auf und quetschen uns mal durch eine Diät durch und freuen uns, dass es einfach weg ist und dann haben wir das Symptom bekämpft. Aber die Ursache ist ja immer noch da. Ja, und das ist ja das, ja, da darf man erstmal ein bisschen Vertrauen auch haben in den ganzen Prozess, dass man sagt, okay, gut, wir gehen diese Ursachen an und dann wird das andere sowieso mitfolgen. Ja, und wo ich ja sehr schnell diese Verbindung gesehen habe, okay, was führt denn dazu, dass es jetzt so ist? Ja, und es ist ja irgendwo auch logisch, dass ein Fisch auf dem Baum ja einfach nicht in seinem Element ist. Ja. Ja, ein Vogel ist in seinem Element auf dem Baum, weil der hat halt Greifhaken und sitzt da ganz entspannt. Aber der Fisch gehört ins Wasser. Mhm. Um da halt wieder diese Leichtigkeit, diese Energie zu haben, weil es ist ja super anstrengend als Fisch, den ganzen Tag auf dem Ars zu sein. Ja. Ja, weil man einfach gesagt bekommt, so muss es sein. Ähm, was ist passiert? Was hat sich verändert? Ja, wo fange ich da an? Ähm, ja, was ist passiert? Also relativ am Anfang, also dieses Schlafthema war wirklich enorm. Also seit, ich behaupte, 25 Jahren war das für mich ein Thema, wo ich gesagt habe, irgendwie es ist, ich habe alles mögliche durch, Schlaflabor, Ärzte, Schlaftabletten, alles mögliche und nichts hat genutzt. Mhm. Und ich habe im Prinzip gedacht, okay, das ist jetzt so. Ja. Ja, das geht nicht mehr weg, das gehört dazu. Ich werde wahrscheinlich einfach 15 Jahre eher sterben als andere Menschen, weil ich so wenig Schlaf habe. Ähm, so und aber natürlich trotzdem war mir klar, das könnte, wäre schon was Gutes, wenn sich das irgendwie nochmal ändern könnte, verbessern würde. Mhm. Und so nach drei Monaten hast du rausgehauen, ja, ja, das kriegen wir auch in den Griff. Und ich habe gedacht, lass den Mann mal reden. Ja, ja. Und habe gedacht, gut, wir können es ja versuchen, was soll's. Und wenn wir noch andere Themen angehen, ist das ja gut. Mhm. So, und von diesem Schlaf, es war ja tatsächlich so, dass ich irgendwie nicht so dieses, diese, sag ich mal, typischen Schlafprobleme hatte, dass ich in der Nacht mir Gedanken gemacht habe um ganz viele Sachen. Und mich mit Problemen gequält habe. Und trotzdem hast du ja irgendwann gesagt, so, ja, aber guck mal hin, was ist denn das, was dich so beschäftigt? Schreib doch einfach mal auf, was ist so, ne? Und mach das doch auch mal vorm Schlafengehen. Und, ähm, oder mach mal, wenn du aufwachst, schreib mal was auf. Da kam gar nichts, also da kam was bei rum, aber ich konnte es kaum entziffern am nächsten Tag. Aber irgendwann kam es immer wieder dazu, dass es was mit der Arbeit zu tun hat. Also, dass ich immer wieder sich meine, meine Gedanken um die Arbeit drehen. Aber offensichtlich hatte ich das so weit weg geschoben, dass es noch nichtmals mehr in diesem typischen, ähm, ich denke im Schlaf oder ich grübel im Schlaf war, sondern einfach, ich bin nachts aufgewacht und hatte, ja, einen total hohen Puls. Und ich, es war einfach irgendwie nicht erklärbar. Ja. Ja, und als ich das angefangen habe, so ein bisschen, äh, mit dir aufzuarbeiten und was ist denn da auf der Arbeit und, ne, was, wieso machst du das eigentlich? Ähm, fing es an, dass der Schlaf besser wurde. Nicht sofort und auch nicht jede Nacht, aber es gab auf einmal Nächte, wo ich morgens aufgewacht bin und gedacht habe, oh wow, krass, so sieht es aus, wenn man fit ist irgendwie. So fühlt es sich an, wenn man sieben halte Stunden geschlafen hat. Und, ähm, ja, dieses Thema mit der Arbeit war dann einfach auf einmal so ein ganz großes Thema, wo es darum ging, ach so, Arbeit darf Spaß machen und Arbeit darf leicht fallen und, ähm, wieso bin ich eigentlich da auf dem Weg, wo ich jetzt bin? Also, ne, mit einer, in einer Behörde, mit einem Jurastudium und, ja, dann sind wir noch tiefer gegangen und haben geguckt, wo, ne, wo kommt das her, wo, woran habe ich mich orientiert und ich habe mich eben nicht an mir orientiert, sondern wirklich sehr im Außen und vom Außen lenken lassen, von Familie, von Freunden, über Anerkennung. Und, ähm, ja, und als wir dann überlegt haben, okay, was ist denn das, äh, was dir eigentlich Spaß macht und was dir leicht fällt, war ich auf einmal sehr schnell bei einem ganz anderen Thema, also eher beim, bei Kindern, pädagogischem Bereich und, ähm, ja, und dann steht man da erstmal vor einem großen Fragezeichen und denkt sich, okay, wie komme ich denn jetzt von A nach B? Das ist ja verrückt, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Also, sind wir einfach die, die eigentlichen Ursachen ja angegangen, ähm, was die Arbeit ja auch betrifft, also es ist ja klar so dieses, sich an etwas anpassen oder ein Element sein, was nicht zu einem passt, zieht ja Energie, ist Widerstand, ja, und das ist ja genau diese Kombination, das heißt, innerlich spürt man ja diesen Widerstand, den man halt aber nicht so genau beziffern kann. Mhm. Weil, ja, 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 im Kopf sind ja ganz viele Programme, die halt sagen, nee, das muss ja so sein, das ist ja so vernünftig und das wird ja auch so gesagt, dass man das so machen sollte. Da konnte ich mich ja auch am Anfang ziemlich schnell in dich hineinversetzen, weil ich ja eine ähnliche Story habe. Mhm. Nämlich auch so, ähm, mit 20 sitzt du halt da und sagst, ja, was machst du denn jetzt, ja, du hast keine Ahnung, was du machen sollst, was richtig ist, was falsch ist, ja, dann hörst du mal auf dein Umfeld, auf deine, äh, Liebsten, ja. Bei mir waren es dann halt meine Eltern, die gesagt haben, hey, mach was Vernünftiges, 9 to 5, einen sicheren Job, ja, in der Krankenkasse. Mhm. Ja, okay, mach ich mal, ja, und mit der Zeit hat man dann gemerkt, na nee, ja, irgendwie nicht und mich musst du es ja auch dann erst mal krank machen, um das halt alles zu hinterfragen. Und deswegen wusste ich, bei dir halt sehr schnell, okay, der Job, der hat einen sehr großen Einfluss auf dein Wohlbefinden, auf deine Gesundheit. Mhm. Ja, und so war es ja dann irgendwie, dass du, dass du zu mir gekommen bist, um abzunehmen, um dich wohl dazu fühlen und wir letztendlich, ja, die Ursache gefunden haben, was den Job ja betrifft, also, dass du da einfach etwas oder in einem Element warst, was gar nicht zu dir gehört, was dich eher beschwert. Und Energie zieht und wir jetzt da so mehr und mehr in die Veränderung gegangen sind. Mhm. Ja, und wo steht der Stand jetzt gerade mit dieser Veränderung? Also, ich habe meinen Job gekündigt. Tatsächlich, nach 18 Jahren Behörde bin ich da im Sommer raus. Das war jetzt ein, ja, schon ein langer Prozess, ne, vom ersten Gedanken irgendwie vor, vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, bis jetzt über die Winterzeit. Und, ja, ich habe in der Zwischenzeit eine Ausbildung parallel zum Job gemacht, ähm, zur Resilienz- und Selbstbehauptungstrainerin, habe damit jetzt nebenbei angefangen zu arbeiten und habe einfach gemerkt, dass das was ist, was mir leicht fällt. Da hast du mir Freude bereitet, wo ich rausgehe und denke, ja, anstrengend, aber es gibt mir Energie, also, es zieht mir keine Energie, ähm, ja, wo ich das Gefühl habe, auch in meinem Alltag drüber reden zu können. Also, mein Job war immer so mein Job und wenn mich da nach jemand gefragt hat, hatte ich null Bock, darüber zu reden. Also, das war so einfach anstrengend und einfach nervig und keiner sollte mir mehr Fragen stellen dazu. Und jetzt ist es was, wo ich sage, ja klar, also, wenn mich jemand fragt, jederzeit, das ist irgendwie, ähm, ja, ich habe einfach auf einmal ein Gefühl von, ich bin da richtig, wo ich jetzt bin. Und, ne, ne, das ist einfach was, wo ich, wo ich mit Leichtigkeit anderen auch was mitgeben kann, ohne mich selber zu verbiegen oder anzustrengen. Ja. Und das ist, klar, der Job ist auch wieder nur ein Teil, aber letztlich geht es ja auch darum, ein Stück weit, ähm, ja, sich selbst kennenzulernen, ne, und herauszufinden, dass eben nicht alles für einen vorgegeben ist, sondern, dass man sich sein Leben durchaus so gestalten kann, ähm, wie es für einen selber gut ist. Mhm. Und, ja, das ist Pippi Langstrumpf. Ja, genau. Mach die Welt, wie sie dir gefällt. Und da steckt halt so viel Wahrheit drin, wenn man so diesen Kontext auch selber denn, denn hat. Ja, weil ganz oft ist es ja so, ja, die Welt ist so und so und das Leben ist so und so und es läuft so und so ab. Füge dich dem, ja, und dann guckst du halt, okay, das ist halt so, als ob du in eine Box reingesteckt wirst und sagst so, das ist jetzt deine Box und jetzt, ja, guck, was du daraus machst, mach es einfach dein Bestes drauf. Ja, obwohl halt außerhalb der Box noch so viel mehr ist und ein riesengroßer Spielplatz, wo wir uns auch einfach austoben dürfen. Und das halt nichts so ist, wie wir denken, dass es so sein muss. Mhm. Ja, aber dafür, und das ist ja das, was ja so wichtig ist von anderen Menschen, halt andere Blickwinkel zu bekommen. Ja, ich hab ja genauso gedacht, ich wurde auch in eine Box reingesteckt und dachte mir so, ey, die Box tut mir irgendwann weh. Ja, die ist für mich nicht mehr gut. Und dann ging ja bei mir das Hinterfragen los. Ja, und ich musste selber ja durch ganz viel Schmerz durchgehen. Und um dann mir dann auch Menschen zu suchen, die mir zeigen, hey, das muss gar nicht so sein. Und ich laufe da mit irgendwelchen inneren Programmen rum, die mir mitgegeben wurden, die mich ja absolut behindern und sabotieren. In dem, was ich eigentlich möchte. Ja. Ja, und das ist halt der Punkt, wo wir ja einfach auch gelernt haben, okay, ja, du fügst dich dem Ganzen, so ist das Leben. Und du versuchst halt irgendwie durchzukommen. Und innerlich merkst du aber diesen Widerstand, dieses Unwohlbefinden, diese Unruhe. Und dann suchst du dir halt Wege, wie man das kompensieren kann, um irgendwie damit klarzukommen. Ja. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, wir gehen an die Ursache ran. Ja, weil wenn die aufgelöst ist und du halt für dich im Alltag mehr Leichtigkeit, mehr Energie spürst oder vor allem, dass es nicht mehr so ist, du machst eine Arbeit, die dir Energie zieht, sondern du machst eine Arbeit, die dir Energie gibt. Ja. Was ist dann noch alles möglich? Wie viel mehr Ressourcen hast du denn? Und was kann sich in anderen Lebensbereichen auch noch verändern? Ja. Das ist halt so der, finde ich, große Punkt. Auf jeden Fall. Und das ist ja so, also nochmal zu Pippi Langstrumpf, das ist natürlich schon immer auch so ein Vorbild gewesen. Also Pippi Langstrumpf, man versucht ja auch seinen eigenen Kindern das so beizubringen, ein Stück weit wie Pippi Langstrumpf zu leben, weil man es eben selber nicht so beigebracht gekriegt hat. Oder weil eben für einen selber so ein Weg, ich will nicht sagen, vorbestimmt war, aber schon in eine gewisse Richtung gelenkt wurde. Und aber eben Pippi Langstrumpf gut finden oder es selber zu fühlen und zu merken, ach so ist das, es hat so ein krasser Unterschied. Also ich, und ich, dieses Kompensieren von Energie war ja und ist mit Sicherheit an manchen Stellen auch heute noch so der Fall, aber früher war es ja viel, viel krasser durch Essen. Also das war ja einfach, ich hatte immer das Gefühl, mit Essen gebe ich mir Energie. Völliger Quatsch. Also an manchen Stellen mit Sicherheit richtig, aber so grundsätzlich, wie ich das da gemacht habe, war das früher natürlich völliger Quatsch. Es hat mir kurzfristig geholfen, aber ja nicht dauerhaft und so ist es dann irgendwie ein Kreislauf. Also an der einen Stelle bist du und dir wird total viel Energie gezogen und es macht dich ja auch traurig zu Hause, weil du zu Hause für deine Familie, für deine Kinder diese Energie nicht hast und dann holst du dir die durch Schokolade oder Chips oder was weiß ich, durch ein schlechtes Essen irgendwie wieder rein, kurzfristig und am Ende bist du aber noch tiefer unten. Das ist halt der Sumpf, der einen immer weiter nach unten zieht. Und das ist ja dieser Teufelskreislauf, in dem erstmal ganz viele drin sind und da erstmal zu finden oder den Ausgang zu finden. So, was ist es denn jetzt? Ja, das ist ja meistens das Schwere, weil, na klar, derjenige, der das jetzt sieht oder auch hört, denkt sich, okay, ja, kann ich mich mit verbinden und ich fühle mich gerade genauso, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskomme. Ja. Das ist halt der Punkt, wo man sagt, okay, da ist halt auch Unterstützung oder eine Sicht von außen einfach sinnvoll, wo jemand sagen kann, na, warte mal, guck mal, da und da könnte eine Verbindung sein, die man selber nicht sieht. Genau. Jula, was hast du am Anfang von dem, was wir gemacht haben, erwartet und was ist es geworden? Also, ich weiß gar nicht. Das war ja wirklich sehr intuitiv, dass ich mich bei dir gemeldet habe und dass wir zusammengearbeitet haben. Das war einfach so ein, ja, ich glaube schon so ein Gefühl von Vertrauen, dass ich das jetzt einfach mache. Aber natürlich hatte ich so ganz vage die Vorstellung, wir arbeiten jetzt drei, sechs, vielleicht neun Monate zusammen und danach habe ich, weiß ich nicht, wie viel Kilo abgenommen und dann ist fertig. So, und auf diesem Weg begleitest du mich, dass ich da dranbleibe beim Essen, dass ich da dranbleibe beim Training, dass du mich aus irgendeinem Motivationsloch rausholst und, ja, so, sowas in der Richtung, glaube ich, was so mein, ja, was vielleicht bei vielen so die klassische Vorstellung ist, wenn sie sich da jemand zur Unterstützung an die Seite holen und was ist draus geworden? Tja, was ist draus geworden? Also, ja, tatsächlich eine, ja, eine viel tiefer gehende, also letztlich ist es eine Persönlichkeitsentwicklung für mich daraus geworden. Also so, es ist eine viel tiefer gehende Begleitung, also tatsächlich ist ja jetzt gerade bei mir nicht immer der Fokus auf Ernährung oder Sport. Ich für mich fühle und denke das schon an vielen Stellen mit, aber der Fokus ist ja tatsächlich viel mehr auf mich gerade, was mich weiterbringt, was mich persönlich zufriedener macht. Und eben, ja, jetzt auch diese Unterstützung bei dem Jobwechsel, bei dem Einstieg in die Selbstständigkeit, da spielen ja natürlich viele Dinge auch eine Rolle, viele Ängste, Sorgen, Unsicherheiten, was kommen kann. Und da begleitest du mich ja jetzt auch. Also es hat gerade nicht mehr so viel mit dem zu tun, was ich am Anfang gedacht habe oder mir vorgestellt habe. Ja, das ist ganz oft ja auch der Fall. Also wir haben ein äußerliches Problem. Hey, okay, ich habe fünf oder zehn Kilo zu viel. Und hey, wenn die weg sind, dann fühle ich mich wieder wohl, dann bin ich wieder zufrieden. Wo ich aber weiß, okay, es geht ja immer um etwas Inneres. Also es ist, das Problem ist nie das Problem. Ja, also die zehn Kilo sind nicht das Problem, dass du dich so fühlst, sondern da liegen ja ganz andere Faktoren, ganz andere Ursachen dahinter. Ja, und das heißt, alles, was wir innerlich haben, zeigt sich dann im Außen. Also das heißt, wenn wir inneren Ballast mit uns rumschleppen, inneren Widerstand haben, innerlich energielos sind, wir uns von außen versuchen, diese Energie zu holen durch gewisse Glaubenssätze, dann wird sich das im Äußeren auch sichtbar machen. Ja, das ist genau dieser Torwitzkreislauf. Aber genauso funktioniert ja auch die Veränderung. Das heißt, wenn wir uns innerlich verändern, uns innerlich entwickeln, auswickeln aus dem, wo wir eingewickelt wurden, dann geht ja auch dieser Ballast. Ja, und das eine fügt sich in das andere. Deswegen geht es halt, wie du es ja auch schon gemerkt hast, bei mir nicht nur darum, hey, wir nehmen jetzt ein paar Kilo ab, sondern, okay, gut, wir finden mal dich. Wir finden mal dein Leben. Ja, wir machen mal deine Welt, wie es dir gefällt. Und dann wird sich diese Balance ja auch einfach finden. Ja. Und das ist halt immer eine Kombination. Das ist halt so diese Zwiebel, die ich so kreiert habe, auf unterschiedlichen Ebenen zu erarbeiten. Klar, Ernährung, Training ist irgendwo wichtig, um die Handlung zu haben. Aber das ist ja nicht der größte Hebel. Sondern das ist ja meistens innere Blockaden, die man selber nicht sieht. Und dann auch Gefühle, die man hat. Wo wir jetzt ja auch an dem Punkt sind, wo du viele Dinge ja auch verstehst, aber das Gefühl noch nicht da ist. Ja, und wir jetzt einfach da noch mal ein bisschen tiefer tauchen dürfen. Und ja, da auf einer ganz tiefen, unterbewussten Ebene einfach auch das Gefühl transformieren können, damit du das, was du mittlerweile ja alles verstehst, auch fühlst. Ja. Ballast loslassen darfst. Und dann, wenn innerlich Ballast weg ist, geht auch äußerlicher Ballast. Ja. Es ist wieder mehr Energie da, du bewegst dich mehr. Ja, fügt sich ja alles in einen positiven Engelskreislauf. Okay. Für mich noch mal letzte Frage. Was konkret, die eine Sache hatte ich am meisten im Coaching überrascht. Dass es so krass um Gefühle geht. Ja. On point. Ja. Genau darum geht es. Emotionales Essen ist Hauptgrund von Übergewicht. Also klar geht es darum, was wir einfach gelernt haben zu unterdrücken. Unsere Gefühle. Und durch unsere Gefühle können wir letztendlich uns besser kennenlernen. Können uns die Welt machen, wie sie uns gefällt. Und das ist einfach der Prozess dahinter. Ja, es ist sehr konkret. Das ist jetzt Frage, Antwort. Wenn du jetzt noch mal ganz an den Anfang zurückdenkst, wo du krank warst und sonst ja nie Podcasts hörst, weil du ja nicht mitreden kannst, aber dann meinen Podcast gehört hast. Genau in dieser Situation, was würdest du jemandem aus dem jetzigen Ich raten, der in dieser Situation gerade ist? Sich zu öffnen, neugierig zu sein und zu gucken, was steckt wirklich dahinter? Ja, was sind die wahren Ursachen, die ganz tief liegen? Und da darf man sich auch eingestehen, die sehen wir selber nicht. Ja, weil die haben wir so weit weg geschoben. Auch ich weiß es bei mir. Ja, ich durfte jetzt auch Anfang des Jahres wieder eine tolle Erfahrung für mich machen. Und da sind auch Dinge hochgeploppt, wo ich sage, ah ja, krass. So hängt das alles so zusammen. Ja, also wir haben Blindflecken und es ist okay, dass wir die Blindflecken haben. Aber wir dürfen halt auch andere Menschen hinzuziehen, die uns unsere Blindflecken zeigen. Weil das hilft uns, uns selber halt kennenzulernen, uns zu entwickeln und unser Leben besser zu machen. Ja, und man hat ja auch einfach ganz, ganz platt in seinem Alltag ja tatsächlich erst mal keine Zeit und erst mal vermeintlich keinen Raum, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Den hatte ich nicht. Also man kann immer sagen, ja, du musst dir das nehmen oder die Zeit nehmen. Aber wenn du die Wichtigkeit nicht erkennst oder nicht erkennst, was hat es für eine Auswirkung, wenn ich mir diese Zeit nehme? Also was hat es für eine positive Auswirkung auch für die Kinder, für die Familie, was mir wichtig ist, wo ich aber immer in so einem Kreislauf bin? Ja, wenn mir das erst mal gezeigt wird oder ich mir diesen Raum auch nur durch diese eine Stunde einmal in der Woche nehme und das wirkt ja nach, das arbeitet ja nach, dann kann ich mir den Fokus darauf setzen. Und dann habe ich auf einmal Zeit. Nicht, weil ich irgendwas anderes dann nicht mehr mache, sondern einfach, weil ich es super gut integrieren kann. Weil plötzlich die Priorität da ist, weil du siehst, was du davon hast. Genau. Und dann umso wichtiger wird es, weil du die Auswirkungen jetzt siehst. Ja, absolut. Okay. Ja, Jule, das war mal so Zwischenstand von dem, was wir so erreicht haben. Ich freue mich auf den weiteren Weg. Der wird spannend. Der wird tief gehen. Ja, auch jetzt werden wir noch eine neue Erfahrung kreieren. Und ja, ich bin einfach gespannt, was einfach noch so alles auf uns zukommt. Und ja, irgendwo ist dein Erfolg, dein Schritt, den du gehst, auch irgendwo mit meinem Erfolg. Und ja, ich freue mich schon, wenn ich denn mal nach Herden kommen darf, zu dir in den Kurs und einfach sehen darf, was sich da alles durch unsere Reise entwickelt hat. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Okay. Vielen, vielen Dank, dass wir nochmal zurückgeguckt haben. Sehr gerne. Und ja, auch für dich Zuschauer oder auch Zuhörer, wenn dich das mitgenommen hat, dich ja irgendwo auch inspiriert hat, du in Resonanz gegangen bist und merkst, hey, ja, irgendwie geht es mir ähnlich. Ich führe dich vollkommen frei, dich auch bei mir zu melden, dass wir uns einfach mal austauschen, uns mal kennenlernen und ja, so wie Jule auch dann offen war und gesagt hat, hey, okay, ja, irgendwie mein Gefühl sagt ja, den Schritt zu gehen, sich zu trauen und dann ist halt auch vieles möglich. Und damit vielen Dank, Jule. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.